schöner guten abend 26 folge faktorio mit dagobert und die arme so kamikaze habe ich gehört einmal ich muss mir mal markierung machen zweimal welches ist noch drin unten geht noch da unten geht noch ich würde mal sagen da oben wo die pollution von uns schon nicht mehr aufgedeckt ist da könnte vielleicht auch richtig aber ich mache es erst mal 12 weg und dann weil die vier gehen einen doch langsam ein bisschen auf den fix vor allem da oben muss ja was sein sonst würden ja nicht so straight von oben runter kommen auch nicht im baum fest der baumann stein aber egal ich hänge fest das ist egal wodurch kann man ja auch dann taste drücken zum dauer laufen wir sind hier nicht gut hat einer vorderband mal umgeklemmt deswegen produzieren mir weniger munition wust wust war ich das vermutlich kann ich sagen also wo ist denn das doch da oben muss ich hin großer weißer mittelgroßer weißer mittelgroßer großer weißer großer weißer das kann nicht wahr sein ja und die großen weißer machen gut aber ja wie gesagt das sollte dann hoffentlich ende dieser folge spätestens in der nächsten folge erst mal geschichte sein erst mal vorläufig kurzzeitig oh shit das klingt doch schon mal sehr aufbauen ja das ist eine selbstmodelle aktion ich lebe noch knapp aber ich lebe noch ein groß oder was oder zwei ich habe mal kurz unsere kupfer abgeklemmt ja wo kommt denn alle her sag mal wo kommt ihr denn her mehr einfach mehr power mehr mehr feuerkraft ach weil die alle die holzen alle auf dem kleinen auf dem großen und lassen die kleinen einfach alles kaputt machen ja einmal lockern und danach ist ende wo ist das da das ist auch noch ein großer mittelgroßer bewegt dich doch nicht das ist ein großer ja du könntest hier hoch eventueller weise mal so 200 bis 300 türme bringen weil das war eine emp-bombe war anscheinend zum zu euch bringen mir hier stehen kommen noch welche ok ok nist nummer eins ist kaputt brauchst du sonst noch was ähm munition und teils wie immer wie immer man kommt keine munition mehr an alter kaum haben wir die erste reihe hier weg geht schon die nächste an dann wäre nicht angrifflos was zum fick ja wie gesagt ich bin jetzt dabei aber ich habe ganz böse vermutungen so weil hier oben sehe ich nämlich absolut gar nichts hier oben ja ja Ja, das gibt es noch nicht. Und der nächste, der reinkommt, der rein möchte. Ja. Ja. Und jetzt habe ich von den zweieinhalbtausend Schussen nichts mehr. Ja. 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 Das ist nicht wahr, das ist einfach nicht wahr. Mensch, geht doch jetzt kaputt da. 680 Punkte noch. Ja, und kaum ist der eine Beise tot, kommt schon der nächste an gerannt. Noch 300. Komm schon, 100 noch. Da hinten ist auch schon wieder einer drin. Ja, und da war ein Spuck, der von unseren Türmen für nicht mehr erreicht wurde. Verdammt. Das heißt, Türmchen Nummer 2 wäre nett, weil die haben eine größere Reichweite. Sind zwar langsamer, aber die haben eine größere Reichweite. Ja, sobald ich unten bin, stelle ich die Produktion um. Traumhaft. Lasertürme oder sowas gibt es hier auch nicht, ne? Und der nächste. Wo ist das drin? Lasertürme gäbe es, aber wir müssen erstmal erforschen, Opa. Ganz ehrlich, wir haben jetzt zwei große Beiser drin und keine Munition mehr auf dem Fließbänder. Und er ist am gegenarbeiten, er ist sich am hochheilen. Geile Scheiße. Ja, ich habe keine Munition mehr. Das heißt, ich habe noch 70 Schuss jetzt für die MP. Hm. Ich laufe runter und drücke Munition. Also ich habe eine Steilkiste, die wir hatten, mit zweieinhalb tausend Schuss selber gemacht. Gut, jetzt kommt hier oben wenigstens wieder Munition auf den Fließbändern an. Auch nicht auf dem Mapisch. Gern. Amen. Ist das Viech down? Nein. 350 noch. Ja, und hier kommt der nächste. Einer ist noch drin und da kommt schon der nächste. Torr Prozent. Torr Prozent. Die Torr Prozent. Hier kommt eine ganze Armada. Ja, die tauchen jetzt nicht mehr einzeln auf, die tauchen... Ja, das wars. GG. Also sechs große Beißer haben wir mittlerweile in der Basis. Wow. Heißt ein paar Türme. Tja, aber... Munitionstechnisch ist jetzt... Ach komm schon. 5, 4, 3, 2, 1, weg. Du wolltest da oben irgendwas auslöschen, hab ich gehört. Ja, aber ich hab keine Munition mehr. Nett. Ich hab jetzt die rote Fläschchenfabrik einmal komplett erstmal von der Produktion getrennt, damit das ganze Eisen durchgeht zu der Munitionsfabrik. Also alles was hier... Wir haben keine Vorräte mehr an Munition. Sämtliche Munition, die wir produzieren, wird sofort verbraucht. Und wir verbrauchen momentan 800 Schuss und stellen es vor 170 her. Laufen alle Munitionsfabriken? Ja. Wie denn? Momentan nicht, nein. Eine Seite läuft momentan komplett, weil da... Nein, auch nicht, weil da auch nicht komplett ein Reißen ankommt. ... Das war's. 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 Das war's.